Jörg Pilawa, geboren am 7. September 1965 in Hamburg, Deutschland, ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Mit seiner warmen Stimme, seinem zugänglichen Auftreten und seinem hervorragenden Moderatoren-Talent hat er im Laufe der Jahre eine brillante Karriere im Fernsehen aufgebaut. Doch hinter dem optimistischen und strahlenden Bild im Fernsehen musste sich Jörg Pilawa einem großen Ereignis in seinem Leben stellen, einem stillen und anhaltenden Kampf gegen das Neuroblastom, eine der seltenen und gefährlichen Krebsarten. Das Neuroblastom ist eine seltene bösartige Krebsart, die das menschliche Nervensystem befällt, insbesondere bei Kindern. Obwohl die Krankheit hauptsächlich bei kleinen Kindern auftritt, ist sie auch bei Erwachsenen nicht auszuschließen, und Jörg Pilawa ist einer dieser unglücklichen Fälle. Diese Krankheit kann schwerwiegende Symptome verursachen und die Lebensqualität beeinträchtigen, von körperlichen Schmerzen bis hin zu geistiger Schwäche, insbesondere wenn sich Krebszellen ausbreiten und die Funktion des Gehirns und anderer wichtiger Organe beeinträchtigen. Die Entdeckung der Erkrankung von Jörg Pilawa löste bei der Öffentlichkeit und seinen Fans große Verwunderung und Sorge um den Gesundheitszustand des talentierten Moderators aus. Jörg Pilawa hielt seine Krankheit zunächst geheim und wollte nicht, dass die Öffentlichkeit von den Schwierigkeiten erfuhr, die er durchmachte. Als starker und belastbarer Mensch trat er weiterhin mit seinem gewohnten Lächeln und seiner Begeisterung im Fernsehen auf. Er arbeitete viele Jahre in der Unterhaltungsindustrie und widmete sich der Aufgabe, dem Publikum Lachen und Freude zu bereiten. Doch in Wirklichkeit musste er innerlich jeden Tag mit der bösen Krankheit kämpfen und sich vielen schmerzhaften und ermüdenden Behandlungen unterzielen. Nach der Diagnose musste sich Jörg Pilawa zunächst einer Bestrahlung und Chemotherapie unterzielen, um das Wachstum des Tumors einzudämmen. Diese Therapien verursachten viele schwerwiegende Nebenwirkungen wie Übelkeit, Müdigkeit und Haarausfall, die seine körperliche und geistige Gesundheit stark beeinträchtigten. Er ließ jedoch nicht zu, dass die Krankheit seinen Willen und seine Ausdauer schwächte. Jörg entschied sich, der Krankheit mutig entgegenzutreten, vertraute stets dem Ärzteteam und hielt sich strikt an das Behandlungsschema. In den schwierigsten Tagen waren Familie und Freunde für Jörg Pilawa stets der größte Trost. Er erkannte, dass die Liebe und Unterstützung der Angehörigen in dieser Zeit äußerst wertvoll ist. Seine Familie ist immer an seiner Seite, kümmert sich um ihn, ermutigt ihn und hilft ihm, seinen Mut im Kampf gegen die Krankheit zu bewahren. Dies machte Jörg nicht nur stärker, sondern gab ihm auch die Kraft, weiter zu arbeiten und seinen Beitrag zum Publikum zu leisten, obwohl er wusste, dass seine Zeit und Energie im Vergleich zu früher sehr begrenzt waren. Während seiner Behandlung musste Jörg seine Arbeitsprojekte reduzieren, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Seine Leidenschaft für das Fernsehen und die Liebe zum Publikum erlaubten ihm jedoch nicht, seinen Job ganz aufzugeben. Obwohl er mit Schmerzen und Müdigkeit zu kämpfen hatte, versuchte er dennoch, in großen Shows aufzutreten und dem Publikum weiterhin Freude und Wissen zu vermitteln. Seine Professionalität und sein Enthusiasmus sind für viele Menschen eine Inspiration geworden, insbesondere für diejenigen, die auch mit einer Krankheit konfrontiert sind. Jörg Pilawas Optimismus und Kampfgeist halfen ihm, die schwierigsten Zeiten zu meistern. Obwohl er weiß, dass der Kampf gegen das Neuroblastom nicht einfach ist, glaubt er dennoch an das Leben und an den Fortschritt der Medizin. Durch die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils, die Umsetzung von Maßnahmen zur Stressreduzierung und die Befolgung eines strengen Behandlungsplans hat er seinen Gesundheitszustand verbessert und seine Fähigkeit, Krankheiten zu bekämpfen, verbessert. Durch die schmerzhaften Erfahrungen während der Behandlung verstand Jörg Pilawas den Wert von Gesundheit und Leben klarer denn je. Er hat sich aktiv an Wohltätigkeitsaktivitäten und Aufklärungskampagnen gegen Krebs beteiligt, um denen zu helfen, die ebenfalls unter der gleichen Krankheit leiden. Er hofft, dass die Menschen durch das Teilen seiner Geschichte eine positivere und optimistischere Sicht auf das Leben haben, sich gleichzeitig um den Schutz ihrer Gesundheit bemühen und bei Bedarf rechtzeitig Unterstützung suchen. Dank seines Optimismus, seiner Beharrlichkeit und der Unterstützung von Familie und Freunden hat Jörg Pilawas eine berührende und bedeutungsvolle Geschichte über den Kampf gegen den Krebs geschrieben. Er ist nicht nur ein talentierter Gastgeber, sondern auch ein Vorbild an Belastbarkeit, Mut und Lebenslust. Die Schwierigkeiten, die er durchmachte, raubten ihm nicht die Leidenschaft für seinen Beruf, sondern halfen ihm auch, den Wert jedes Augenblicks im Leben, die Bedeutung von Hingabe und Liebe besser zu verstehen. Obwohl die Zukunft noch viele Herausforderungen bereithält, ist Jörg Pilawas bereit, sich allen Schwierigkeiten zu stellen. Er kämpfte nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Lieben und für das Publikum, das ihm immer folgte und ihn unterstützte.